Warum soll ich das gewesen sein, Alter? Ich bin unten im Wasser drinne. Äh... Fuck! Du was? Alter, fuck! Scheiße! Boah! Fabrikant! Ihr seid alle drin! Ich bin... Ja, lass doch laufen! Ohne Spaß, lass laufen! Oh scheiße! Ey, David, lässt du den Server laufen? Nein! Doch, lass doch den Server laufen! Was findes Server? Auf Davids Computer, sagst du? Ich will meine... Ich will meine... Ich will meine... Ich bin Traitor. Okay, mach ihn weg, wo ist er? Was? Was? Das ist der Jonas, er hat gesagt, er ist Traitor, ich glaub ihm. Ja, ich bin auch Traitor. Oh, Alter, was war das? Der, 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 Fabian! Nein, ich bin's... Lol! Ich bin's wirklich nicht! Ich hab die Granate nicht überhaupt nicht! Wer hat seine Granate wegen? Du hast auf mich geschossen! Alter, what the fuck! Scheiße! David, was machst du? Alter, du hast deine Brandgranate... Oh! Ich hab keine Brandgranate geworfen, du Mongo! Was hat ihr verhindert? Wer denn, Jonas? Ich bin noch am Leben. Hast du die Granate geworfen? Ja, aber ich hab die auf... Ich hab die einfach irgendwo hingeworfen. Ja! Weißt du, dann landet die Dame der Fabian auf mich. Wo bist du, Jonas? Lol! Der Daniel fließt auf mich! Lol, wo seid ihr denn? Hier unten vorm Leuchtturm! Der Daniel flieht! Ich glaub, er will in den Traitor-Room! Nein! Oh! Ha, ha, ha! Das war aber ein kurzes Ründchen. Ja, eine Runde. Ein... Oh! Das ist dann wirklich die letzte Runde. David, warum kannst du zählen? Warum kannst du zählen? Ich bin einfach der... Ich bin einfach der... Du hast halt immer oben auf den Baum schimmelt, ey. Ich war einfach nicht auf dem Baum. Aber ich... Aber Fabian, weißt du, da explodiert eine Flammgranate und du erst mal... Ich dachte, du hättest die geschmissen. Die war nicht von mir! Die war von mir! Hast du doch gesagt. Alle haben schon doch gesagt. Einfach alle ein bisschen abchillen. Ja, ne? David, du bist so scheiße. Warum? David, du bist so scheiße. Weil du einfach der... Ey, David, du bist... Aber ich hab euch beide gerecht. Kann ich dir irgendwie helfen, oder? Stört dich irgendwann. Aaaaah! Aua. Jo! Verzeihung. Ganz oft, da brauch ich nur 50 Leben. Keine Ahnung. Also 160. Ich hab nur noch 31, weil ich Corona gefallen bin. Aber die gehen ja nach der Pichernphase wieder hoch. Einmal raus. Jonas, Jonas, hast du eigentlich eine typische Begrüßung? Äh, die ist immer etwas unterschiedlich, ja. Inno. Ich auch. Hast du eine übliche Verabschiedung? Nee, das nicht. Ich? Ich hab eine Verabschiedung. Ja, die ist aber scheiße. Ich find die nice. Die ist scheiße. Und das gefällt mir. Ich find sie hässlich. Ich find sie auch hässlich. Ich find sie auch hässlich. Toll. Alter. Ich wollte gucken, ob du ihn... Ja, du wolltest die Traitor-Waffen aktivieren. Ja, jawohl, alter. Jawohl, ja. Wo ist der Fabi eigentlich jetzt schon wieder? Das geht dann nicht. Fabi? Ja. Gut, wir hätten dir auch nicht geglaubt, hättest du jetzt nichts gesagt. Ja. Weil wenn der ein Falscher hat, wenn man ein Falscher stört, dann steht da Missing in Action. Los. Der Fabi ist es. Wer war's denn? Der Fabi. Wie schnell war's denn tot, alter? Ja, ich hatte, ich hatte die Ozi. Alter. Was zum Teufel. Alter, die Traitor-Waffen sind ja mal alle scheiße. Nee, die killen halt nicht instant. Die eine ist geil, die dich so wegschleudert. Welch ist das? Deine Mom. Ja, aber die sieht man halt sofort, wenn man die ausgewählt hat. Mal kurz weg. Daniel ist es. Ja. Ja, das jetzt sie aber wirklich dazu. Egal wie lang oder kurz sie ist. Nee, nee. Aber, aber... Nein, egal wie lang oder kurz sie ist. Auch wenn jetzt der Daniel später hält. Okay, dann nehmen wir ohne dich auf, okay? Nein. Äh... Doch. Ja, mit drei Leuten ist das ja doof. Das ist genau wie mit die Seasen. Ja, das ist aber doch cool. Vielleicht ist der Thilo noch da? Der hat aber kein TTT. Oder habt ihr das dem jetzt, äh, Gedingens? Nein. Achja, also Fabian, ich krieg dann morgen von dir 9,99, ja? Ja, du kriegst einfach alles in 1 Cent-Stücken. Wenn du zur Bank gehst und dass du mich noch wechseln lässt. Das ist besser, Mech oder Glock? Mech. Hä, das sind... Die Mech ist ne... Ich bin ne Hauptwaffe. Was denn? Ich glaub, der Daniel ist es, aber er ist nicht da. Hehehe. Das mag sein. Wo ist der Daniel? Ist der um Leuchtturm gespawnd? Ich guck nach. Ich trage. Nee. Nee, okay, das ist C. Ah, Wasser. Gut. Oh, ich soll schnell aus dem Wasser raus. Ah, äh. Ach, der Daniel steht hier unten. Soll ich ihn wegmachen? Nein. Wir machen keinen weg, wenn er aufkallt. Ja, aber irgend... Wer schießt? Der Fabian... Du schießt auf was? Du schießt auf das Wasser? Ich. In die Luft. Der Fabian wollte bestimmt... Du hast auf das Wasser geschossen. Der Fabian wollte bestimmter Traitor... Ja, Wasser, Luft, egal. Der Fabian wollte bestimmter Traitor äh... Ich bin wieder da. Wär's noch am Leben. Wär's nicht noch am Leben. Ich hab kurz darüber nachgedacht, dich wegzumachen, weil du AFK warst. Um auszuhören, dass du ein Traitor bist. Was passiert? Bist du tot? Jonas? Jonas? Fabian, warst du das? Fabian? Nein. Warum soll ich das gewesen sein, Alter? Ich bin unten im Wasser drinne. Äh... Fuck. Was? Alter, Fabi. Scheiße. Boah. Fabi, kannst du mal gut spielen? Fabi, äh, um das... Fabi, um das Wasser da zu aktivieren, musst du einfach E drücken. Da drüber. Und dann wird das zu Lava. Aber echt, ich wusste, dass er das vorhat. Wie geil. Ja, das hab ich aber auch gedacht. So ein Kümmel noch hab ich aber gehört. Das ist jetzt die allerletzte Runde, weil die ja jetzt extrem kurz war und der Fabian sehr schlecht gespielt hat. Also am besten wär's, wenn ich Traitor wäre, dann wird's nämlich ne coole Runde. Ja. Spacke, ey. Denn... Eine Runde voller Elend Schande. Und David. Und David. Oh mein Gott, wer schießt da? Ich. Minecraft. Oh nein. Wie schade. Schwarz. Warum war es eigentlich möglich, dass ich in der Hülle spawne? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Travel in Terror. So lustig? Ah, bin wir alle ganz viel Spaß. Warte, der Jonas steht drauf, ne? Ja, ich nehm' auf. Du bist scheiße, Jonas. Ne, ich nehm' auf. Okay. Fabian hat er verschossen. Ne, das war der dann... Ne, ich bin gar nicht klar, wo ihr seid. Ja, er lügt mich doch nicht an. Der ist im Traitorraum. Ja, genau. Da ist der... Jonas. Hallo? Oh Gott. Loll. Wird grad weggeschleurrt. WTF? Der Fabi schießt auf mich. Ey, Jonas hat mich grad voll weggeschleurrt. Nein, das war der Discomulator. Ich bin da ja auch reingefallen. Du bist ja... Hast du Leben verloren? Hast du Leben verloren? Wer was, was? Hallo? Da lag direkt ein Discomulator. Also ich hab jetzt auf jeden Fall Leben verloren. Da hast du gerade mich geschossen. Nein? Was geht hier denn eigentlich vor? Aber Alter, Jonas... Jonas, echt... Du rufst da... Du... Weißt du... Ich so... Jonas ist es... Und dann flieg ich da weg. Ich hab schon gedacht, du hättest echt auf mich... Ich hab die schon vorher da hingelegt. Warum kamst du grad aus der Hölle? Hey, ich kam nicht aus der Hölle. Der Daniel. Der Daniel... Der Daniel war unten... Der Daniel war... Warte... Entweder war jetzt der Fabian oder der Daniel im Traitor mit mir. Ich war nicht im Traitor-Menü. Ich glaub dir die ganze Zeit hinterher. Ich glaub dir die ganze Zeit hinterher. Der Fabian stand gerade auf einer Stelle und der Daniel ist... Ich glaub dem Jonas die ganze Zeit hinterher. Ja, hallo. Beide... Du standst gerade eben einfach nur da rum. Wow... Hilfe... Ist es der Fabian? Nein, der Fabian ist es nicht. Der Fabian war es vorhin schon ein paar Mal. Ja und... Ja und... Ich war es wie gesagt schon fünfmal hintereinander. Ich war es wie gesagt schon fünfmal hintereinander. Leute, hier sind ja alle... Alle Teile weg. Achso, die hab ich ja weggeschleudert. Interessant. Herzlichen Glückwunsch. Ich will ne Diegel haben, aber ich hab keine Diegel. Was machen wir denn da? Hast du eigentlich Französisch gelernt Fabian? Nö. Aber ich kann es einfach... Okay. Boah, ein Franzose. Oh ne, das wäre ein bisschen böse. Hast du auch so einen Schnur behalten? Damit wäre ich nicht einverstanden. Als da wenn ich sterbe... Und so gestreifte Sachen an. Ey, habt ihr jetzt eigentlich schon Kunst fertig? Nein! Nein, das müssen wir gleich noch malen. Deswegen wollte ich heute nicht so lange abgeben. Ja, das mache ich gleich in fünf Minuten. Ja, aber ey, Jonas? Ja? Willst du mein Bild machen? Ich geb dir auch zwei Euro. Ich geb dir fünf Euro. Ich geb dir 300 Euro. 10? Für 10 Euro mache ich statt. Ich geb dir meinen Computer. Boah, dann mache ich statt. Ja? Äh... Nein. David, bleib weg. Kriegst du dann ein Bild mit Jedi-Rittern von mir? Du darfst meine Hälfte vom Greenscreen behalten. Hurra! Ha! Ja. Dass ihr mir immer zuhört, wenn ich sterbe. Beziehungsweise wenn ich sage, dass jemand vor mir steht, dann sterbe. Bist du... Bist du... Bist du... Jemand hat mit dem Newton-Launcher auf mich geschossen, hat aber nicht getroffen. Ja? Wo bist du? Ja. Hä? Ich sehe aber keinen von euch. Doch. Ja, ich auch nicht, aber jemand hat... An mir ist dieses Ding vom Newton-Launcher vorbeigezogen. Hä? Hä? Doch. Hast du das einfach nur gehört oder gesehen? Ich hab's gesehen, dieses Projektil. Der ist an mir vorbeigeflogen. Hä? Hä? Sicher, dass du das... Kann man das... Sicher, dass du... Ich hab das Geräusch gehört und ich hab das Ding gesehen. Also das Geräusch könnte von meiner Granate gekommen sein. Ne, aber... Nein, das war hundertprozentig genau das. Okay. Ich hab ja gesagt, Daniel oder Fabian war an dem Traitor-Menü. Nein, ey, ich war nicht im Traitor-Menü... Wo ist der Fabi überhaupt, Fabi? Wir hätten der Camp wieder. Fabi? Ihr hört mir so oft zu, gell? Alter, oh mein Scheiß. Also, ihr lebt da noch. Ja! Oh, ich wusste es. Nein, der Daniel hat mich getötet. Ja, der Daniel... Alter, Fabi, ohne Scheiß. Du redest zehn Minuten, nachdem ich dich umgebracht hab, immer noch. Was kapierst du dieser verfickten Regel eigentlich nicht? Ich hab mich doch nicht verraten. Trotzdem sollst du einfach nix reden. Bevor du jetzt weiter schreist, ich hätte dich trotzdem jetzt getötet. Ich war mir ja nicht sicher, dass du es bist. Ja schon, aber er soll einfach nix reden, wenn er tot ist. Das war dann jetzt die letzte Runde? Äh, ja, einen können wir doch noch. Nein. Doch, einen können wir wirklich noch. Wenn wir jetzt aber das immer wieder sagen, dann nehmen wir wieder eine Stunde noch. Ah. Nein. Doch. Doch. Äh. Halt die Fresse da. Was du willst, bestimmt hier niemand. Aber ich bin ein Keks. Was ist das für ein Satz? Du bist ein Huhn. Du bist ein Huhn. Wer ist denn dann der andere Keks neben dir? Keine Ahnung. Fabian, warum stehst du hier? Hallo. Ich hab mir grad ne Waffe geholt und du. Also das jetzt. Ich sag mal, das ist jetzt die letzte Runde. Ja. Danach, nee. Danach. Ich bin jetzt mit David auf dem Turm drauf. Ja? Wenn ich gleich schreie, schießt er auf mich mit der Sniper. Nein, mit der Shotgun. Dann heiß ich mir direkt tot. Ah. Nein. Fuck. Fuck, er war's nicht. Oh, lol, da ist ne Brandgranate. LOL. Scheiße, er war's nicht. Was war das? Da ist ne Brandgranate. Äh, Leute. Sei denn, Jonas, du hast mich grad für diesen komischen Ding da weg. Äh, Leute. Nein, ich hab versucht, eins da oben auf dem Turm zu werfen. Äh, ich hab dasselbe mit dem Fabian gemacht, wie ich vorhin mit dir, Daniel, gemacht hab und dem Magnus. Nur er war nicht Traitor. Jawoll. Irgendeiner hat mir grad für diesen Disko-Kumpel... Ja, du hast ja keine Leben verloren. Ja, schon, aber... Fabian, sei einfach still, wenn du mir nicht böse bist. Gut, danke. Fuck dich. Ach, Fabian, halt die Fresse, wenn ich groß bin. Ich sag doch gar nicht zum Spielen, Alter. Hum-cha-cha? Ich wette, der Jonas ist es. Ich glaub' nämlich auch. Boom. Und um. Wo ist der Fabian eigentlich jetzt schon wieder? Der ist tot. Ich hab ihn unterbrach. Lol. Ich hab doch gesagt, ich hab dasselbe mit dem Fabian gemacht, wie ich mit dem Daniel und dem Dingens gemacht hab, mit dem Magnus. Das find ich jetzt aber nur minimal verdächtig, ne? Hinstellen, bis die Zeit abgelaufen ist. Das Problem war nur, er war kein Traitor. Toll. Ja, dann bist du Traitor, oder nicht? Nein! So einfach ist das. Ich hab bisher bei jedem einfach abgedrückt, egal ob ich gesehen hab oder nicht. Ach, aber beim Maggi beschwerst du dich, oder was? Nee, beim Maggi war da halt Glück, dass er Traitor war. Beim Daniel war da auch Glück, dass er damals Traitor war. Ich hab halt Glück bisher, der nur der Fabian hat. Wow! Wow, wow, wow. Ja, Hammer. Was ist der Hammer? Nix. Ja, ich glaub jetzt also, dass der Tafel ist. Ich glaub eher, dass du das bist. Nee. Ja, wenn du schon einen killst? Wieso sollst du das denn nicht sein? Ja, das war ja ein Versehen. Ja, das kann doch jeder behaupten, oder nicht? Hast du noch nie jemanden aus Versehen umgebracht? Der hat ja sogar noch angekündigt, das widerstehen. Ja schon, aber du hattest doch überhaupt keinen Grund dazu, den zu killen. Ich hab bisher immer einfach nur direkt abgezockt. Ja, siehste. Ja, ich war mir halt immer sicher nachgegenüber Traitor. Es ist egal. Ihr seid so süß. Ja, sind wir auch. Ehe Streit wird der Tilo jetzt sagen. Ja. Du bist es einfach. Vor allen Dingen läufst du mir die ganze Zeit hinterher. Du bist es einfach. Ohne Kack ist mir jetzt egal. Du bist es. What the fuck? Ja. Du dreckiges Omi, du einfach nicht verrenkst, ey. Du bist ja auch nicht verrenkt. Beende die Aufnahme mit diesem glamourösen Siegel. Ja, liebe Freunde. Das war mal ne lustige Witze. Jonas, hast du eben dieses komische Traitor-Waffe benutzt? Nein, ich hab die Uzi benutzt und danach die Deagle. Echt? Hat niemand den Newton-Lounge benutzt? Nein. What the fuck? Welcher ist das? Ist das der mit dem roten Laserstrahl? Nein. Den blauen. Der ist blau. Ja. So, liebe Freunde. Das war auf jeden Fall mit dieser Runde. Ich danke recht herzlich für Zuschauen. Ich danke Ihnen nicht. Ja, der Dani nicht. Und, äh, ne. Kommentieren, Utilisieren, alles was man so machen muss. Äh, und bis zum nächsten Mal. Ich muss sagen, dass ich den Begriff Utilisieren geprägt habe und... Nein. Fick dein Leben. Tschau, Leute. Ich hab euch lieb und der David ist gay.